Hallo, herzlich willkommen! Ich bin Katrin und wir lernen natürlich Deutsch. Today's story is for absolute beginners pre-level A1. So I'm trying to use very easy vocabulary, speak slow, make easy sentences and I hope that you can follow the story. Also, fangen wir an. Also, die Geschichte heißt ein Jahr später. Ein Jahr später. Was heißt das? Ein Jahr später. Jahr, ein Jahr ist von Januar bis Dezember. Das ist ein Jahr. Zwölf Monate von Januar bis Dezember. Das ist ein Jahr. Und ein Jahr können wir auch sagen hier eine 1. Das eine Jahr später. Ein Jahr später. Jetzt haben wir 2022. Und ein Jahr später ist 2023. Das bedeutet ein Jahr später. Zwölf Monate später. Ein Jahr später. So heißt die Geschichte. Das ist der Titel. Gut. Was sehen wir auf Bild 1? Das ist Bild 1. Wir sehen eine große Person. Groß. Das ist der Vater. Der Vater ist groß. Und wir sehen eine kleine Person. Klein. Die kleine Person ist der Sohn. Die große Person ist der Vater. Die kleine Person ist der Sohn. Und der Vater... Oh, wir sehen auch einen Baum. Das hier... Das hier... Das ist der Baum hier. Der Baum. Und der Vater fragt sich... Hm... Wie groß... Wie groß ist der Sohn? Hm... Wie groß ist der Sohn? Fragt der Vater. Und er misst... Ja, hier... So groß ist der Sohn. Wie groß ist der Sohn? So groß ist der Sohn. Und ich weiß es nicht. Wie groß ist der Sohn? Vielleicht 1,20 Meter. Vielleicht ist er 1,20 Meter groß. Und der Vater nimmt einen Hammer. Der Hammer. Ups. Der Hammer. Und er hat hier einen Nagel. Nagel. Das ist ein Hammer und ein Nagel. Und der Vater, er markiert 1,20 Meter. So groß ist der Sohn. Wie groß ist der Sohn? So groß. Er ist 1,20 Meter groß. Aber der Sohn ist nicht immer klein. Er wird größer. Der Sohn wird größer. Er wächst. Er wächst. Er wird größer. Und dann... Also der Vater hat markiert. Er markiert. So groß ist der Sohn. Dann wird es Winter. Hier. Es schneit. Es ist Dezember. Und ein Jahr später... Ein Jahr später fragt der Vater... Wie groß ist der Sohn? Ist der Sohn gewachsen? Ist der Sohn größer geworden? Ist der Sohn gewachsen? Hm... Fragt der Vater. Also... Gehen Sie zum Baum. Hier ist wieder der Baum. Und der Vater sieht die Markierung. Er sieht den Nagel. Aber der Nagel ist hier. Und der Sohn ist hier. Der Sohn ist nicht so groß. Da ist der Nagel. Der Sohn ist kleiner. Warum ist der Sohn nicht gewachsen? Ist er nicht größer geworden? Ist der Sohn kleiner geworden? Was ist passiert? Was ist passiert? Der Sohn ist gewachsen. Aber der Baum ist auch gewachsen. Ein Jahr später ist der Sohn größer und der Baum ist auch größer. Der Sohn ist ein bisschen... Der Sohn ist ein bisschen... Ein bisschen gewachsen. Und der Baum, er ist viel gewachsen. Jetzt weiß der Vater nicht mehr. So groß ist der Sohn. Er hat keine Markierung mehr, wie groß der Sohn ist, weil der Baum auch gewachsen ist. I hope that you understood this little story. I hope that you were able to follow along. If you have any questions or if you just want to share your experience, please let me know in the comments. I really like to read them and communicate with you. If you want some more stories, please check out the videos and playlists here. And yeah, thank you to all the people that watch my video and some of them also support my channel on Patreon, which I really appreciate. Ich wünsche dir viel Spaß beim Deutsch lernen. Bis zu meinem nächsten Video. Tschüss. 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 Tschüss.